Liebe Inge Meisel, können Sie sich erinnern, wann Sie zum ersten Mal auf einer Filmleinwand gesprochen haben? Filmleinwand? Nein, das weiß ich nicht. Es war ein deutscher Film. Er spielte in Frankreich, 1932. Der Film hieß Großstadtnacht. Großstadt, ja natürlich. Wollt ihr jetzt antworten? Oder nicht? Wo ist Madeleine? Ihr müsst es wissen. Hier steckt alles unter einer Decke. Tja, habt ihr denn kein Mitleid mit den armen Angehörigen, dieser schwer gebeugten Tante und dem Gram durchfurchten Onkel und diesem aufstrebenden jungen Mann, der die unglückliche Madeleine einmal als Weitheim führen soll? Amen. Applaus 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 Applaus